Oh mein Gott Leute, heute gibt es da wieder eine neue Folge Minecraft und heute machen wir wieder mal einen richtig nicen Bau-Battle-Break gegen Max. Ihr seht schon Leute, ich hab mir richtig geile Mods rausgesucht, womit wir heute wirklich ein Haus bauen können. Da kommt euer Gehirn nicht mal mit hinterher, das macht so Zahnrad-Klick-Klack von oben nach unten. Ich check selber nicht, was da abgeht, deswegen werden wir Max heute richtig zum Ausrasten bringen, deswegen lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr neu seid, abonniert den Kanal und jetzt würde ich sagen, geht wir direkt rein ins Video. Viel Spaß! So, da bin ich! Max, bist du da? Was geht? Max! Hallo Lom! Da bist du wieder! Alles gut bei dir! Tja, was machen wir heute? Ja, du siehst doch, wir sind in Minecraft. Was wollen wir denn machen? Bau-Battle, du weißt doch, guck mal. Hier, das ist deine Seite, da steht sogar ganz groß dein Name. Max, du siehst es. Das ist deine Seite, das hier drüben ist meine Seite. Mein Name ist falsch geschrieben. Hä? Wie, dein Name ist falsch? Dann muss ich stehen, Max, der Coolste. Max, du kannst gleich beweisen, wie cool du bist, indem du hier gleich das beste Bau-Battle baust. Was soll ich denn bauen? Ey, Max, pass auf, diesmal, auf korrekt, ich lasse dir eine Chance, du darfst alles bauen, was du willst, okay? Darf ich auch einen Hamster bauen? Also, man muss halt irgendwie reingehen können. Es sollte halt schon irgendwas Begehbares sein, das wäre nicht schlecht. Aber kann man in einen Hamster nicht auch ein? Nein, kann man nicht, also, sollte man nicht zumindest, also, ja. Kann ich eine Höhle bauen? Bau irgendwas, es ist mir völlig egal, Hauptsache, du brauchst... Kann ich ein Auto bauen? Hauptsache, du brauchst irgendwas Krasses. Gebt dir Mühe. So, komm, Max, wir dürfen hier keine Zeit verlieren. Bau jetzt irgendwas Cooles, ich gehe auf meine Seite, ich mute mich auch und dann wünsche ich dir jetzt... Max, was soll das denn? Ey, das ist meine... Weißt du, Larm, ich finde die Seite hier viel cooler als meine. Max, das ist meine Seite, da steht mein Name, jetzt geh auf deine Seite. Nein, meiner Seite, da steht nicht der coolste Max, da steht nur Max. So, guck mal, ich mach das jetzt hier zu und ich würde sagen, du kriegst jetzt genau 15 Minuten Zeit, um hier irgendwas zu bauen, okay? Und du musst dir jetzt Mühe geben. Wir sehen uns gleich wieder, Max, okay? Geh weg, Larm! Geh du selber weg, bis gleich! Tschüss! Tschüss! Ich glaube, wir sind bereit, Leute. Max ist auf seiner Seite, wir sind auf unserer Seite und ihr habt es im Pre- und so schon gesehen. Wir werden was komplett Verrücktes bauen, was Max komplett von den Socken hauen wird. Und zwar werden wir jetzt ein bisschen rein-pracken, denn ich habe etwas richtig Cooles vorbereitet. So, ich habe zwar keine Ahnung, was Max bauen wird, aber das ist uns auch relativ egal, denn wir machen hier kein spezifisches Thema. Wir bauen hier einfach jetzt ein Haus und das wird so verwirrend sein, Leute. Ich zeige euch das mal. Und zwar, das allererste habe ich mir vorgenommen, dass wir das ein bisschen aus Holz bauen. So, und wenn ich jetzt gleich mit dem Haus fertig bin, werdet ihr euch denken, okay, wie willst du denn so das Baubittel gewinnen? Ganz einfach, ich zeige euch das. Also, meine Hausstruktur wird folgendermaßen aussehen. Wir machen da einen Holzblock hin. Wir machen da einen Holzblock hin. Hier noch ein, hier noch ein und da noch ein. So, dann machen wir hier ein paar Holzstämme hin. Zack. So, ganz schnell. Klass. Zack. So, ich nehme an, ihr rafft gar nicht, was hier abgeht. Das ist aber auch gar nicht schlimm. So. Zack. Zack. So, okay. Das sieht ganz gut aus. Das ist doch legendär. Wir haben das legendär. Das ist doch legendär. Das ist doch legendär. Und natürlich darf eine Treppe nicht fehlen, Leute. Oh, Mann. Leute, ich sage euch ehrlich, wenn ich damit fertig bin, Max wird gar nicht raffen, was abgeht. Oh, mein Gott. So, wir machen jetzt ein kleines Dach drauf. So, zack, zack, zack. Hier einfach so ein Basic-Dach. Auf ganz entspannt. So, zack. So, jetzt hier oben noch zumachen. Das Dach ist soweit fertig. So sieht das Ganze jetzt aus. Ihr fragt euch bestimmt, hä, Lumex, was wird das? Ja, ich zeige es euch jetzt, Leute. Auf den ersten Blick sieht das aus. Wie ein wirklich maximal kleines Haus. Ihr habt einen Block frei. Natürlich machen wir ja auch noch eine Tür rein. So, ansonsten hier oben vielleicht auch noch zumachen. Warte, nochmal. Ansonsten hier oben noch zumachen, genau. Und, äh, ja. So sieht mein Haus aus. Und natürlich werden wir so nicht gewinnen. Das ist mir klar. Und deshalb jetzt alle aufgepasst, Leute. Ich habe hier etwas vorbereitet. Schaut mal. Ich habe hier solche Portalblöcke. Von denen weiß Max aber nichts. Und jetzt machen wir folgendes. Und zwar mache ich einmal hier einen hin. So. Jetzt müssen wir das ganz kurz hier oben hin machen. Das können wir aber gleich wieder replacen, ne? So. Und hier oben noch einen. So. Und jetzt gehen wir an eine komplett andere Stelle hin. Und bauen da jetzt ein viel größeres Haus. Und ihr werdet gleich sehen, was passieren wird. Das wird unnormal krass. Und zwar würde ich sagen, buddeln wir uns dafür hier einfach mal hier in die Erde rein. So. Ein paar Blöcke nach unten. Zack. So. Hier unten geht es schon wieder nach unten. Deswegen bis hier hin ungefähr. Dann nehme ich hier kurz meine Axt. Und dann machen wir das mal jetzt kurz ein bisschen schneller. So. Ausgewählt. Jetzt mache ich hier einen Command. Slash. 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 Set 0. Und dann habe ich mit einem einzigen Command hier richtig viel freigemacht. Ihr seht das. So. Das Ganze sieht jetzt erstmal verwirrend aus. Aber passt auf. Und jetzt werde ich folgendes machen. Ich werde jetzt hier wieder das Portal aufbauen. Jetzt brauche ich noch ein Feuerzeug. Wartet. So. Perfekt. Das wird so geil. Jetzt habe ich das Feuerzeug. Jetzt hört mir das einmal an. Und ja. Jetzt seht ihr schon. Ist hier so eine Holzwand erschienen. Wenn ich jetzt hier reingehe. Seht ihr auch. Okay. Das sieht noch ein bisschen merkwürdig aus. Aber wenn wir jetzt hier rausgehen. Und das mal zumachen. So. Und jetzt zurück zu unserem Haus fliegen. Seht ihr schon. Schaut mal. Wenn wir da jetzt reingehen. Dann kommen wir hier raus. Seht ihr das. Wenn ich das fliegen. Der. Der das fliegen. Der. Senior Toten liegen. So. Ich beleuchte jetzt mal hier ganz kurz. Dass wir ein bisschen was sehen. Wenigstens. So. Zack. 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 Okay. Das Ganze sieht jetzt so aus. Wir sind jetzt quasi hier in so einer kleinen Höhle drin. Ab hier bauen wir jetzt einfach das Haus rein. Ich nehme jetzt mal noch hier so einen Stab. Weil wir drehen das nämlich mal jetzt noch. Dass wir auf die andere Seite raus gucken. So. Zack. Genau so. Ja. Perfekt. Das funktioniert einwandfrei. So. Jetzt können wir auch hier wieder ganz einfach. Die Blöcke replacen. Dass das gar nicht auffällt. So. Da unten kommt Gras hin. Zack. Zack. Und hier wieder unsere Glasscheiben. Und jetzt haben wir von außen ein ganz normal kleines Häuschen. Aber wenn wir jetzt hier reingehen. Kommen wir hier drin raus. Und jetzt werden wir hier quasi. Einfach das Haus bauen. Aber in viel viel größer. Das heißt. Wir machen jetzt hier so ein Haus hin. Das wird der Oberknaller. So. Nehme ich hier schnell meine Axt einmal. Zack. Machen Slash Slash Set 5. Denn damit kann ich hier alles schnell aus Eichenholz machen. So. Auch auf die Seite. Dann auch hier drüben. Zack. Das sieht gut aus. Zu dem Boden dürfen wir auch nicht vergessen. So. Okay. Okay. Das sieht richtig gut aus. Perfekt. Jetzt machen wir hier oben noch ein Dach drüber natürlich. Und wenn wir jetzt hier reingehen. Seht ihr. Haben wir hier ein richtig großes Haus. Und ich kann jetzt quasi hier nach draußen gehen. Und dann sieht das einfach von außen wie ein ganz normales kleines Häuschen aus. Ihr seht das. Aber wenn wir jetzt hier reingehen. Zack. Ist hier einfach ein richtig großer Raum. Ich glaube Max wird darauf gar nicht klarkommen. Aber das ist ja das Ziel. Wir werden ihn heute richtig krass pranken. So. Aber das war es noch lange nicht. Leute. Glaubt mir. So. Aber wir müssen jetzt erstmal hier damit es ein bisschen nicht so auffällig ist. Ein bisschen Einrichtung rein machen. Deswegen würde ich sagen. Machen wir hier einfach auf süß. So ein kleines Bett hin. Zack. Wir brauchen jetzt noch hier einmal schwarzen Beton. Damit das hier ein bisschen krasser aussieht. Hier. Zack. Zack. Dann noch ein bisschen Quarz. So. Und dann haben wir hier ein richtig großes Bett. Genau. Das sieht gut aus. Ja. Jetzt machen wir hier schnell noch ein bisschen Einrichtung. Keine Ahnung. Hier so vielleicht ein paar Fässer hin. Was darf sonst nicht fehlen? Vielleicht ein Ofen oder sowas? Eine Werkbank. Und halt eine Truhe vielleicht noch. Machen wir einfach hier hin. Zack. Und dann. Ja. Keine Ahnung. Noch eine Truhe da in die Ecke. So. Das ist quasi wie eine ganz normale Innenrichtung aussieht. Jetzt haben wir auf Kuh noch ein bisschen Teppich rein. Hätte ich gesagt. So. Zack. 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 Einmal ums Bett drum. Ein bisschen Teppich. Ja. Ich glaube das sieht gut aus. Und jetzt werden wir hier noch einen weiteren Gang rein machen. Und das wird jetzt alles übertreffen Leute. So. Und zwar werde ich jetzt hier so eine kleine Wand rein machen. Also wie so mäßig so ein Gang. Hier müssen wir einmal hier ein bisschen rein buddeln. Zack. 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 Das sieht gut aus. Aber zum Glück habe ich meine Holzachse. Mit der kann ich alles ein bisschen verschnellern hier. Ihr seht das. Total easy. Oh mein Gott. Ich hoffe Wachs wird richtig ausrasten wenn er das sieht. So. Perfekt. Die Decke darf nicht fehlen. Okay. Jetzt haben wir hier so einen kleinen Gang. Jetzt nehme ich mir nochmal meine Portalblöcke. Und jetzt mache ich folgendes. Und zwar werden wir jetzt hier einmal Portalblöcke hin machen. So. Das machen wir einmal komplett ringsherum. Damit das jetzt genau so aussieht. Und das Ganze machen wir jetzt nochmal ans Ende hier. Das heißt hier auch nochmal Portalblöcke. So. Zack. 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 Perfekt. Da oben noch. Okay. Jetzt sieht das Ganze so aus. Aber ich werde daraus jetzt gleich etwas richtig verwirrendes machen. Wir brauchen jetzt erstmal schon unser Feuerzeug. Dass wir es wieder anzünden. Ich hoffe das funktioniert. Drei. Zwei. Eins. Und zack. Und perfekt. Es hat funktioniert. Wir sind jetzt quasi am vorderen Portal. Jetzt nehme ich mir aber nochmal meinen Zauberstab. Und jetzt drehe ich das Ganze einmal. Zack. 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 Aber wir drehen das nicht gerade. Nein. Wir drehen das ein bisschen schief. So. Auf den. Oh mein Gott. Das wird so krass. So. Jetzt bin ich hier drin. Und jetzt müssen wir das auch nochmal drehen. So. Zack. Drehen wir auch schief. So. Aber ich gehe jetzt erstmal ganz kurz hier raus. Dann machen wir das erstmal alles wieder hier aus Eichenholz. Zack. 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 So. Hier drin am besten auch noch. Das machen wir zu. Zack. Alles aus Eichenholz. So. Und wenn ich jetzt hier drin bin. Dann seht ihr. Geht es hier einfach unendlich lang. Wir sind jetzt quasi in so einer Schleife gefangen. Und das Lustige ist. Schaut mal. Das geht einfach so nach links. Das ist einfach quasi so schräg. Das ist komplett verwirrend. Weil man kann in Minecraft ja eigentlich nicht schräg bauen. Ich meine. Guckt euch das an Leute. Ich kann hier einfach die ganze Zeit laufen. Und Max wird hier auch nicht mehr rauskommen. Wir machen damit es ein bisschen schöner aussieht. Auch hier noch ein paar Fackeln hin. Damit es auch schön beleuchtet. Und dann seht ihr schon. Kann ich hier rennen und rennen und rennen. Auch in die andere Richtung wieder zurück. Und er wird hier nicht mehr rauskommen. So das Lustige ist. Von außen sieht das jetzt so aus. Da geht einfach so ein Gang straight da rein. Aber sobald man da reinläuft. Ist man da drin gefangen. Und Max wird so ausrasten. Weil ihr wisst ja. Er ist ein bisschen jünger. Und er wird auf sowas gar nicht drauf klarkommen. Das wird so lustig. Okay. Das ist quasi unser nächster kleiner Prank. Den wir hier vorbereitet haben. Also wir halten noch mal ganz kurz fest. Unser Haus sieht so aus von außen. Aber wenn wir hier reingehen. Dann bin ich hier in so einem großen Raum drin. Mit so einem unendlichen Gang. Der nach links geht. Das ist der Oberknaller. So wir machen jetzt kurz noch ein bisschen Deko aus. Und hätte ich gesagt. Hier so ein bisschen Laub. Einfach so auf schön. Zack. Auf ganz entspannt. Ja dann nehmen wir uns doch schnell eine Schaufel. Oder sowas. Machen so einen kleinen Weg hier. Zack. 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 Es sieht wirklich einfach wie so ein richtig kleines Hexenhaus aus. Und dann geht man da rein. Und ist in so einem großen Raum drin. Perfekt. Wir müssen noch irgendwas bauen. Damit wir Max nochmal richtig krass pranken können. Ich habe da auch schon so eine coole Idee. Ich kann ja mit dem Portal noch richtig viele coole Sachen machen. Und zwar was würdet ihr davon halten. Wenn wir einfach so eine unendliche Treppe nach oben machen. Das wäre der Oberknaller. Okay dafür müssen wir das mal kurz glaube ich wegbauen. Und dann machen wir hier. Ja. Ja und ich bin da schon 10 Jahre mit meinem Haus fertig. Ja Max ich brauche noch kurz. Ich bin gleich da. Ich habe gerade schon ganz viele Lieder gehört. Wie viel Langstrumpf und Bob der Barmeister und so. Das ist toll. Aber Max. Bei mir ist ein Creeper gewesen. Der hat alles kaputt gemacht. Ich muss kurz mein Haus reparieren. Ich bin da. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns beeilen. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Okay. Okay. Wir müssen uns beeilen Leute. Okay. Komm. Dann machen wir hier einfach jetzt so eine richtig coole Treppe. Bedeutet wir machen hier wieder unsere Portalblöcke schnell hin. So. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Wir müssen uns beeilen. Und dann glaube ich müssen wir aber eine Treppe nach oben machen. weil nach unten geht es gar nicht, weil da die Map aufhört. Aber ist es nicht schlimme, machen wir eben eine Treppe nach oben. So. Sprich. Wir machen jetzt hier einfach so ein paar Treppen rein. Das wird so lustig. So. Wir müssen jetzt hier schon eine Treppe reinbauen. Komm schon. Zack. Okay. Das müsste eigentlich reichen vom Ding her. Okay. Okay. Dann würde ich sagen. Machen wir hier noch schnell alles aus Stein, damit das ein bisschen schöner aussieht. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Wir müssen uns beeilen. Max ist schon richtig sauer. Oh mein Gott. Ich gehe mir jetzt einen Schokolade holen, wenn der weg ist. Der dauert zehn Jahre, bis der wieder da ist, ey. So. Eine Fackel. Genau. Und hier alles schnell aus Stein machen. Oh mein Gott. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. So. Und hier oben müssen wir jetzt wieder das Portal hin machen. So. Okay. Portal steht. Dann machen wir hier oben noch ein bisschen Platz. Ich hoffe, es funktioniert alles. Oh mein Gott. Ich hoffe, es funktioniert. Wir zünden es an in drei, zwei, eins. Komm schon. Okay. Wir haben es angezündet. Wir nehmen unseren Stab. So. Dann müssen wir das einmal drehen. So. Jetzt geht das aber sogar nach unten. Das ist okay. Jetzt gehen wir hier einmal rein. Und jetzt müssen wir das auch nochmal drehen. Zack. Genau. Und ja, ich glaube, es hat funktioniert. Wir sind in einer unendlichen Treppe. Es hat funktioniert. So. Jetzt müssen wir das oben aber noch schön weg machen. Das hier unten replacen wir mit Stein. So. Schnell alles aus Stein machen. Okay. Das passt. Ich mache jetzt hier noch alles schön hübsch schnell. So. Alles schnell aus Stein. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Jetzt haben wir hier einfach unsere unendliche Treppe. Die einfach ins Nichts führt. Hier kann Max auch stundenlang rennen. Er wird zurück rennen. Aber er wird hier nicht mehr rauskommen. Oh mein Gott. So. Dann hier noch eine Fackel hin. Zack. Zack. Das wieder zumachen. Und so sieht das Ganze aus. Und sobald er da reinläuft, wird er hier drin gefangen sein und richtig ausrasten. Okay. Ich glaube, unser Gang ist da. Unsere Treppe ist da. Und unser, ja, äh, großes oder kleines Haus ist auch ready. So. Ich mache jetzt hier schnell unseren Ofen, unsere Werkbank wieder hin. Zack. Und dann, glaube ich, sind wir bereit. Ich würde sagen, äh, wir gehen erstmal wieder raus hier. Zack. Und vielleicht das wir noch aus, aus, äh, aus, äh, Holz. So. Okay. Ich glaube, ich bin bereit, Leute. Ich glaube, wir ermuten uns und schauen mal, was Max gebaut hat. Und ich bin echt gespannt, wie er darauf reagieren wird. Okay. Ich bin fertig. Ich hoffe, Max ist auch fertig. Ich ermüde mich mal, mal schauen, was er zu sagen hat. Okay. Max, bist du da? Ja, hallo. Ich habe jetzt zehn Jahre auf dich gewartet. Du hast auf dich gewartet. Ja, ich habe dich schneller fertig als du. Ähm, also, ich, ich bin auch fertig, Max. Äh, also, ich finde, mein Haus ist echt gut geworden. Meins ist viel cooler als sein. Okay, dann, guck mal, äh, ich würde sagen, äh, ich, äh, komm erstmal auf deine Seite. Komm. So, okay, Max, darf ich kommen? Darf ich? Nein. Komm schon, lass mich rüber jetzt. Drei. Ja, dann komm jetzt, los. Zwei. Ich habe noch zwei Minuten Zeit. Äh, äh, Max, da bist du ja. Hallo. Hi, was geht, Max? Äh, kurze Frage. Das ist dein gebautes? Ja, das ist mein Turm. Ah, Max, den hast du, ey, der sieht echt cool aus. Wirklich, hast du toll gemacht. Ja, das habe ich in, das habe ich selbst gebaut. Ähm, mhm, ich bin stolz auf dich. Siehst du? Da steht von Max Haus. Ja, aber muss das nicht heißen, äh, Haus von Max und nicht von, von Max Haus? Also, ich frage nur. Also, ich glaube, du hast dich ein bisschen... Nein, das ist mein Haus. Okay. Das ist doch mein Haus. Also, erklär mal kurz, was du gebaut hast. Du hast hier so einen Turm gemacht mit so Wasser. Also, hier ist Wasser, damit man da nicht an den Turm rankommen kann. Weißt du, wenn da ein Angreifer ist? Ja, ja, ja. Weil dann fällt der so ins Wasser rein. Aha, und dann ertrinkt der da mäßig so. Ja, jetzt. Und jetzt musst du hier, weil hier ist ein Knopf, den sieht man gar nicht. Siehst du den? Äh, was? Wo? Ein Knopf? Wo denn? Ja, guck, den sieht man fast gar nicht. Der ist hier. Dann komm mal rein. Ja, ich, aber ich sehe doch den Knopf gar nicht, Max. Ah. Schnell, warte jetzt, schnell. Ich bin drin. Und jetzt bist du in meinem Turm drin und jetzt kannst du hochgehen. Wow. Und jetzt ist hier mein Sitzplatz. Und hier ist Fenster und hier ist auch ein Licht von der Decke. Ah, das ist dein Thron. Dann sitzt du immer dann drauf, oder was? Ja, das gehört... Du musst da jetzt weggehen. Okay, okay, okay. Mal, jetzt hat dein Haus kaputt gemacht wegen dir. Entspann dich, Max. Es tut mir leid. Ich wollte doch einfach nur mich da draufsetzen. Nein, das darfst du nicht. Das ist verboten. Okay, Max, ich entschuldige mich. Das war auf jeden Fall nicht meine Absicht, okay? Mein Haus ist cool geworden, oder? Dein Turmhaus ist ja echt ganz okay. Da steht auch, warum auch immer, ein Baum. Da ist doch ein Baum. Den habe ich auch noch gemacht auf dem Boden, weißt du? Hast du toll gemacht. Aber ich würde tatsächlich jetzt schon... Weißt du, wie man einen Baum macht? Du machst so und dann den weißen und dann bist du drin. Du kämpfst gerade unter dem Baum. Perfekt. Okay, Max, also dein Haus ist ja ganz okay. Die Leute sollen auch mal in die Kommentare schreiben von 1 bis 10, wie cool ihr dein Haus findet, ne? Am Ende entscheiden sowieso die Leute in den Kommentaren, wer gewinnt. Aber, Max, bist du überhaupt bereit für mein Haus jetzt? Weiß ich nicht, warum. Wie, weiß ich nicht? Komm, sag, du bist bereit. Ja, zeig mir dein Haus. Okay. Max, wo bleibst du denn? Komm jetzt rüber. Beeige dich. Komm schon. 3, 2, 1. Komm rüber. Warte kurz. Bist du los? Du musst fliegen. Bist du ein Vollidiot. Ich bin hier unten in einen Boden gefallen. Ja, komm hoch jetzt. Kannst du mich hoch machen? Ja. Ach so, warte jetzt. Ja, ich weiß jetzt wieder, wie das geht. Ja, komm hoch jetzt. Warte, ich bin gleich da. 5000 Jahre später. Okay. Max, komm her. Komm her, flieg runter. Komm runter jetzt. Komm runter. So. Darf ich mir vorstellen, das ist mein Haus da hinten. Ich, äh, ähm, ich, äh. Lom. Ja? Dein Haus ist ganz schön klein. Äh, aber, ähm, Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters. Wie soll man denn da ins Haus reinpassen? Ja, guck mal, schau dir das erstmal von außen an und mach mal dein Knochenmehl hier weg. Das sieht aus, als hättest du da irgendwie mehr in der Hand die ganze Zeit. Ja, schon viel besser. Guck mal, Max. Wie soll man denn in das Haus reinpassen? Ja, guck sie doch von außen an. Du siehst doch, hier außen habe ich... Ja, das ist so klein wie eine Toilette. Guck mal, ich habe da außen so schön Laub hingemacht. Und du kannst auch reingucken durchs Fenster. Da vorne ist die Tür. Das ist mein Haus mit einem schönen, ähm, mit einem schönen Steindach. Also, Max, ich finde es nicht schlecht. Was hast du gegen mein Haus? Ich finde dein Haus richtig doof. Okay, dann geh mal rein. Schau es dir von innen an, Max. Nein. Ja, wie nein? Das sieht von außen doof aus. Ja, komm. Da fehlt noch was. Warte kurz. Oh, Max. Max, was machst du denn auf? Da musst du lesen. Perfekt. Max, komm. Mach mal die Tür auf. Guck es dir von innen an. Geh mal rein. Hä? Äh, warte. Ja, komm. Warte. Ich weiß, dein Gehirn hat gerade irgendwie... Ladefehler. Geh nochmal raus, Max. Ich glaube, da stimmt was gerade nicht. Warte. Wir machen nochmal zu. Okay, da hat irgendwas gar nicht hingehauen. Okay, warte. Max, geh nochmal rein. Geh nochmal rein. Äh. Irgendwas stimmt nicht. Komm, wir gehen nochmal raus. Irgendwas stimmt. Was guckst du denn? Du siehst doch, das ist das Haus, Max. Das sieht drin anders aus, als draußen aussieht. Echt? Warte. Komm. Wir gehen nochmal rein. Ein allerletztes Mal. Komm. Das ergibt gar keinen Sinn. Hä? Warum? Das ist... Hä? Du hast gesagt, das Haus sieht nicht schön aus. Und ob das Haus stimmt... Das Haus ist voll klein, aber da drin ist so ein Bett. Das passt dir gar nicht rein von draußen. Ja doch, du siehst doch. Die Tür ist auf. Du kannst reingehen. Komm, geh rein, Max. Das ist das Haus, hä? Also, ich weiß nicht, was du hast, aber das ist das Haus. Also, meins ist schon mal größer als deins von innen. Lomm, das ergibt gar keinen Sinn. Ich will nicht in dein Haus reingehen. Ich geh wieder weg. Nein, Max, wie du gehst weg? Ich finde mein Haus wie toller. Wäre mein Turm, da kann ich auf meinen Trun sitzen und runtergucken. Und da kommen keine Angreifer. Ja, komm mal. Von deinem ist es komisch. Das ist von außen ganz klein und drin ist ein großes Batch. Ja, komm mal jetzt doch mal rein. Hallo, komm rein jetzt. Komm schon, komm rein, Max. Guck mal. Guck mal, das ist ein riesengroßes Bett. Das habe ich extra groß gebaut. Das heißt, du mal nachts nicht schlafen kannst. Du auch bei mir mit schlafen kannst, okay? So. Ich will nicht bei dir. Äh. Boah, ich habe auch gerade richtig Durst. Kannst du mir kurz eine Cola da hinten aus dem Kühlschrank holen? Was ist denn eine Cola? Soll ich hier... Ja, geh rein. Soll ich... Soll ich... Du musst ganz hinten gucken. Im letzten Raum ist die Cola, glaube ich. Ganz hinten rechts. Wie weit muss man laufen? Ich glaube, noch ein Stück. Also ungefähr so... So 50 Meter. Warte, wo bist du jetzt? Kannst du mitkommen? Nee, ich warte. Ich warte hinten. Ich warte auf dich, Max. Das geht die ganze Zeit weiter so um die Kurve. Ja, komm. Bringst du jetzt die Cola? Ich warte. Ja, warte. Ich bin gleich da. Ja. Eine Sekunde kurz. Max, wann kommst du? Ja, ich bin gleich da. Warte kurz. Ich bin langsam müde, Max. Bist du irgendwann wieder da? Warte kurz. Ja, Max. Das ist ganz schön weiter Weg hier, wo man laufen muss. Max, weißt du was? Ist egal. Lauf zurück. Komm zurück. Du darfst zurückkommen. Tja, aber es muss ja genauso weit auch zurücklaufen. Äh, ja. Ja, warte. Ich brauche kurz einmal. Ein, zwei Minuten. Leute, ich bin gemutet. Es funktioniert perfekt. Max checkt einfach gar nicht, dass ich hinbranke. Es läuft so perfekt, Leute. Oh mein Gott. Willst du mir entgegenkommen, Lom? Äh, entgegenkommen? Nee, ich warte hier. Kommst du irgendwann? Ich warte immer noch. Ja, das ist zu weit der Weg. Äh, ist zu weit. Ja, ich komm, Max. Ehe du jetzt hier noch fünf Jahre brauchst. Komm, ich helfe dir da einfach mal ganz kurz, okay? So, zack. So, Max. Da bist du wieder. Sag mal, hast du die Cola nicht gefunden? Die war ganz hinten rechts. Das ging, das ging da ganz weit weiter. Ja, okay. Ich weiß nicht, was du gemacht hast. Vielleicht hast du dich auch verirrt. Das geht zwar eigentlich nur gerade aus. Aber, ähm, ansonsten, Max. Äh, was, was willst du machen? Was ist da oben, Lom? Ah, warte mal. Meinst du da oben auf, auf dem Dachboden oder was? Ja. Ach so, das ist nur eine Treppe. Die geht hoch zum, zum, äh, zum Dachboden. Also, wenn du noch mal ganz kurz rauskommst, Max. Du kannst es ja mal anschauen von außen. Ich hab hier oben so einen kleinen Dachboden. Das siehst du ja, ne? Und da geht es halt hoch zum Dachboden. Aber der Dachboden ist doch gar nicht so groß. Ja, äh, du kannst ihn doch angucken gehen, wenn du willst. Komm, wir gehen doch mal rein. Ey, du kannst gerne hochgehen, wenn du magst. Komm, dein Haus macht gar nicht so viel Sinn irgendwie. Ja, äh, geh, geh, du kannst gerne hochgehen. Soll ich da jetzt hochgehen? Ja, Max, geh hoch. Wie weit geht das denn nach oben? Äh, das geht noch ein bisschen. Warum? Ach so. Ja, warte kurz. Das da, ich muss eben nach oben hochlaufen. Ja, lauf da ruhig nach oben. Aber du müsstest eigentlich schon lange da sein, Max. So groß ist der Dachboden ja eigentlich dann auch wieder nicht. Also, wann kommst du wieder? Weiß ich nicht. Lom, das ist ganz schön weit nach oben. Ich weiß, Max. Also, das ist ja auch mein Dachboden. Der ist ja auch richtig groß. Lom. Ja? Ja, komm, Max, ist egal. Komm wieder runter. Komm, komm runter, Max. Lom, wie weit muss ich laufen? Äh, naja, bis du da wieder unten bist. Lom, mir wird ganz schwindelig. Wie, der wird schwindelig? Was meinst du? Lom, ich muss mich gleich übergeben. Das ist so lang. Max, das ist echt oft zu lügen. Das ist nicht so lang. Lom, ich komm gar nicht mehr unten am Boden an. Hä? Der geht immer weiter weg, der Boden. Warte, Lom, ich komm jetzt wieder runter. Ja, ich warte, Max. Lom, ich hab ganz doll Kopfschmerzen. Mir ist ganz doll übel gerade. Warum ist der denn übel? Oh, mir ist ganz doll übel. Das hört gar nicht mehr auf, hier runter zu gehen. Max, du musst... Ich muss mal kurz auf Toilette glauben. Einen Moment. Ich muss auf Toilette. Es hat einfach alles perfekt funktioniert. Max ist einfach perfekt auf mein Haus drauf reingefallen. Mir ist einfach schlecht geworden. Es hat einfach alles keinen Sinn gemacht. Ich meine, guckt euch das Haus von außen an. Dann auf einmal ist da so ein riesen Dachboden und so. Ein unendlicher Gang. Ja, Leute. Also, wenn euch der Break gefallen hat, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Und vergesst, mich dem Kanal zu abonnieren. Und dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Ich bin raus. Ciao.